Wir sind heute hier, um ein spezielles Bogenexperiment zu machen. Das ist Matze. Hallo, sag Matze, hallo. Ja, und das ist der Inni. Und wir haben verschiedene Spitzen präpariert, die wir jetzt auf unserem Übungsschussgelände hier schießen werden. Ich habe jetzt mal kurz einen Handschuh angezogen und die Jacke wieder ausgezogen. Jetzt. Peace.